Hi Willkommen, mein Name ist Danny YP und mein Name ist Metro Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Let's Play WarioWare Smooth Moves. Smooth. Heute haben wir die letzten Elefantenhäuser und so gemacht und Hauskundriesen-Alien nicht machen können. Wo mein Start nicht funktioniert. Ja, weil sein Lünsch nicht funktioniert. Und heute spielen wir das Überlebenstraining im Multiplayer-Multiplayer-Multiplayer-Multiplayer. Jo. Also, wie fängt's an? Wenn wir als erster einen Fehlmacht haben verloren. Genau. Hui, wir sind schöne Engel. Er ist DLP, ich bin MMM. Der EU-Käse. MMM. Nimm das. Ich bin dran. Jetzt mach ich dich felsich. Dann mach mal. Oh, yeah. Oder wieder irgendein so abgefucktes Spiel, das ich schaffe. Die fängt mir die nicht. Ja, wir ganz ruhig bleiben da unten, ganz ruhig bleiben. Nein, bleiben Sie in Panik. Ja. Du meinst, du kannst mich besiegen? Ja. Niemals. Das sieht viel feminin aus, das ich. Komm mal auf. Komm. 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 Wir wollen in so eine Mion reinbeißen irgendwie. Ja. 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 Wie kannst du's wagen? Verlier' doch jetzt mal. Wie die Ablage. Haha. Ja. 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 Ich hab gewonnen. Ja. Okay. Das nächste kommt. Äh. Bombe. Gib den Formenstart mit der Bombe weiter an deine Gegner. Ich habe gehört, dass er explodieren wird. Wenn du ein Fehler machst, oder ihn zu spät übergibst, die Spiele. geschickt wird einfach sei aber trotzdem vorsichtig und lasst deinen form statt nicht fallen oder flitzt sie jemanden damit was grünes tragt man und das ist eine form aus baby und ich muss denn die form machen welche vorm wir müssen doch nur wieder die abladen es geht nicht weiter von der perspektive traurig und das ist gut die rettungsleine ein nerven auf einem gespiel in denen die seile deiner gegner zerschneiden muss die hängen alle über einen teich der von unzähligen alligatoren gefördert wird eine platzierung vom vorherigen gespielt ist ausschlaggebend die anzahl der seile an denen du hängst nur den mut nicht verlieren ich fange an die fähigste gibt es doch nicht kannst du nicht mal verlieren weil wir also wunderbar ich habe einen kühlschrank zu schreien hier doch mal so schön wenn du jetzt das spiel und hier das spiel einfach nicht ja so wie auch schon verloren sucht das topmodel kurzes top nicht gefunden aber ich wollte nein immer blond hat ein pullover ja genau neben gemacht ein spiel verlieren ja schon vorbei ich sei schnell nicht durch das nämlich gerechtigkeit und ich tue noch sehr gemütlich an den dingen und der regulator der tut sich genauso muss das balloon niemand kann voraussagen wenn der ballon in diesem spannenden spiel platzen wird warte bis der ballon gefüllt ist bevor den formenstab an den nächsten spieler weiter dass du hin zu platzen bringst ich bin zurück also pumpen du bist dann zu mir bin ich immer noch du musst das spieler spielen und von ihrer schoko seite erwischen du bist am zu machen das spiel versuch erneut exzellent ich habe geschafft zu verloren das ist scheiße ich bin bei einer runde dacht machen wir du kannst daten ja wir finden dann einmal gespielt im leben ich fange an das puls eintreffen was ist denn da hingefroben dass ich festgebracht geworfen wirft doch mal fest da Ah, Double-20. Glaub ich dann noch. 202 musst du noch. Nee. Hallo? Ah, der hat schon voll viel. Ha! Ich brauche noch 16 Punkte. Ah, der ist nicht da. Ah, der ist nur 20. Das ist keine Double-20. Das ist eine Double-20. Da-da! Und noch eine Double-20. Oh. Na, ran. Gewonnen! Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, klar, so. Oh, hier ist Super-Nase, aber dafür brauchen wir den Nanschak. Sonst können wir nicht mehr machen. Ja. Ja, gut. Dann ist es hier vorbei. Ja, kleines random Projekt hier so. Ja, das war so ein kleines random Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht können wir irgendwann mal die Spiele noch nachholen. Und wenn ich mal meinen Nanschak mitbringe, der funktioniert. Ja, und das funktioniert auch nicht. Nein. Ja gut, okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.